Okay, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind dabei, Arrukel zu befreien, zumindest probieren wir es. Wir haben den ersten Panzer vernichtet, schon mal etwas. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass die Befreiung weitergeht, ohne dass unsere Teams ausgeschaltet werden. Sollte das zweite Team ebenfalls mit heranziehen. Machen wir das am schlausten, so. Wohl muss geheilt werden. Wer hat den gesehen? Dynamo. Machen wir das. Huh? Got it. As you wish. Hmm. Copy that. As you wish. Hmm? Roger that. Copy that. I'm on it. Enemy! Enemy! Ah! Enemy! Ah! Ah! He? Can't make the shot. He? He? Can't make the shot. Let's hit him! Schauen wir mal hier. Braucht hier irgendjemand Heilung? Ayra bräuchte eigentlich schon wieder welche. Langs geht der langsam die medizinische... Gehen der langsam die Arzneimittel aus, wenn man so will. Verbandskästen. Oh, was hier drin ist? Oh. AKM. Ein bisschen Munition und eine Art Granate. Hmm. Okay. Yes. Okay. If you say so. Hit him hard. Copy that. Listening. On my way. Yes. Copy that. Ready. Bien, sure. Ah. Moving. Bereit. So machen wir. Huh? Understood. What next? Yes? Okay. Das ist der mit dem Quest, den wir hier die ganze Zeit hören. Okay. Vielleicht mehrere. Ready. Okay. Soll die sich um den kümmern? Okay. 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 Ich will gerade schauen, ob die Waffe noch im Autofeuer ist, weil die Treffergenauigkeit zu gering war. Aber ne. Der ist wohl einfach nur schlecht. Und die Waffe nicht ganz für die Reichweite vorbereitet. Was ist denn? Auf meinem Weg. Okay. Sieh? Copy, ist das? Ich höre. Ich kann es gar nicht sehen. Moment. Was nächstes? Hm? Ja? Hm? Hm? Was? Ich bin auf dem. Was? Er kann leider nicht. Ich höre. Ich höre. Was? Was literally? Das ist so, dass ich nicht mehr Probleme unter demanden darf? Bissst du mit den Insten weiß auch nicht? Le es ist gut, wenn ich da, wenn ich andere Leuteü secret keinen besucht, die sind. Zwei weniger. Ich bin auf. Fox alleine ist jetzt nicht gerade die großartigste Idee. Okay, der kann sogar auf den Kopf schießen. Ah. Okay, aus irgendeinem Grund kann er nicht mehr schießen. Ja. Ich hätte gedacht, die heilt sich dann Die macht das Nachladen anschließend, aber egal Gut, so weit hat das jetzt geklappt Jetzt machen wir den mal hier auf Autofeuer Lassen ihn hier hinrennen Und in die Fenster schauen Okay Ich glaube, wir setzen uns hier hin Der Feuerschutz Und dann können wir uns mal dran machen Mal wieder Handgranaten Äh, mal wieder zu versuchen Den nächsten Panzer zu knacken Wer hat den gesehen? Barry Von hier? Wow Ist die Frage, ob der Panzer auch auf die Distanz schießen kann Wahrscheinlich Da sollte ich aufpassen Wunderbar Nicht nur getroffen, sondern gleich Schaden angerichtet Ich denke, dann sehen wir jetzt gleich Hier links ist auch ein Geräusch Oh, oh Ja Weshalb Ich bin an Ah Roger that Yes Was ist denn da im Weg? Der Baumstumpf Ich bin an Kann der eine Handgranate werfen oder sowas? Ne Nicht nicht weit genug Das ist ein Problem Denn der Bull ist jetzt komplett alleine Die machen den gerade fertig Der Ruize aus der Hüste schießen Hält mir nicht Okay Wer war das hier? Wohl Ja, der braucht eine Heilung Wie weit kann der denn werfen? Der kann doch nicht so weit eine Handgranate werfen Hier kann aber eine hinwerfen Keine Ahnung, wie er die gesehen hat Okay, war eine Blankgranate Ist immer noch besetzt Das heißt, das war es noch nicht mal Okay Dann glaube ich müssen wir hier mal den anlocken Das heißt, ich sollte mal hier In Stellung gehen Mit ein paar Truppen Um Um Feuerunterstützung zu geben Dimitri Oh, der braucht Eine Heilung Ja Riechen wir mit den Namen Und mal weiter Ich glaube alles, was ich dann machen muss Ist einfach nur aufstehen Und mich wieder hinlegen, oder? Okay Okay, der Plan ist nicht so ganz aufgegangen Jetzt können wir den hier wieder hinschicken Jawohl Ok, wer hat Kontakt? Wer ist Spider spotted? Wo ist Spider? Die hier Ok Sehr schön, sehr schön Der tut genau das, was er tun soll Wer hat ihn gesehen? Grunty Ja Ok Das ist mein MG Schützer Hier, das lockt ihn auch an Wenn er mich hier durch die Fenster sieht Also probieren wir es mal Yep Und weg hier Die hat Erfahrung gesammelt Jetzt holen wir, dass die Granate verfehlt Marksmanship Medical Ah, machen wir noch Marksmanship hoch Medical wäre gut, wenn wir die auch noch verbessern würden Aber Das ist jetzt nicht das Allerwichtigste Nachladen Hier hin Hinknien Eurem Rennen Mich getroffen? Ich glaube, ich habe verfehlt Das gibt es Got it Got it Moving I'm on it As you wish I'm on it Ich habe keine Ahnung wie Obwohl ich glaube es sind jetzt mehr Punkten liegen jetzt Also dürfte wahrscheinlich getroffen haben Und Schaden angerichtet haben Wir haben jetzt vorne hinten und glaube ich am Turm auch Rennen Das war beinahe getroffen Bin mir immer nicht sicher Ich sehe nicht wirklich 9 Schäden Aber es war ein Treffer Wie viele Granaten hat er denn noch? 7 Ja das wird ja wohl reichen Oh Den dort bitte nicht vergessen Ja Ich habe es Wer? Ich bin auf Sehr gut Ja Ja Das war nix. Das war. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Als du möchtest. Ich bin auf. Ich glaube, war der Rauch schon? Bin ich sicher. Wie gesagt, mit all den Granaten werden wir es ja wohl hoffentlich noch schaffen. Der nachgeladen hat er, gut. Ich bin auf. Was ist jetzt? Moving. Got it. Jetzt sollten wir weiter weglaufen. Mhm. Okay, jetzt ist es übrigens grün. Sehe ich gerade. Hier. Irgendwo wird da noch einer rumlaufen, vermute ich mal. Moving. I'm all it. Er ist gesichtet. Moving. Got off. Very well. As you wish. Da. Ich bin da. Weiße. Got it. Frag mich, was mit dem Raketengewehr ist. Oh, der wird gerade gesehen. Wo haben wir denn den Winkel hier? Oh, nein, nein, nein. Natürlich. Ah, Mann. Jetzt ziehen wir uns mit der mal zurück, als sie wieder umgeschossen wird. Ich könnte jetzt schießen. Bleibt doch sicherlich hier hängen, oder? Wollen wir mal, was daraus wird. In dem Moment, wo er anfängt, den Turm zu drehen, kann ich hier mit Iggy hingehen. Natürlich. Was auch sonst. Ich verstehe das. So? Yes. Okay. Gehen! Was nächstes? Wie du möchtest! Wie du möchtest! Da! Habe Aktion hier! Was ist denn die Granate explodiert? Hast du einen Plan? Ich bin auf! Gehen! Gut! Das könnte Steroid vielleicht. Ich brauche dann erst noch eine Heilung. Ups! Hm. Ja? Ja? Gehen! Roger das! Ja? Ich brauche einen Rest! Geht, er hat einen guten Blick! Geht er nachgeladen? Ne, noch nicht. Ich brauche einen Blick! Der hat keine Munition mehr. Oje. Soviel dazu. Okay, der ist jetzt überschwer. Das heißt, ich kann mal Fox ein bisschen Munition geben vielleicht. Soviel braucht er ja nicht. Dann müssen wir mit Dimitri mal wieder anlocken. In dem Moment, wo das funktioniert, soll der hier rüber rennen. Gut. Ja. 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 Das ist halt jede Menge Bäume. Das ist ein bisschen das Problem. Könnte also funktionieren. Okay, dann Dimitri mal wieder. Wenn eigentlich mir hier die Munition ausgeht, dann habe ich ein Problem. Du musst doch einfach hier hinrennen können, oder? Ich habe keine einzige getroffen. Ist richtig so? Okay. Ich mache das. Okay, sieht ihr noch? Ich habe es. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, wenn mir die Munition ausgeht. Wir haben Einzelfeuer. Unlikely to hit. Ach so, ist der Baum dazwischen. Und hier habe ich das Problem, dass hier wahrscheinlich überall noch Schützen sind. So, Dimitri. Okay. Awaiting orders. Got it. Got it. I'm on it. Das war es, oder? Ja. Ja. Sieht so aus. Sehr gut. Puh. War knapp mit der Munition. Alleine soll er sich aber bitte nicht mit denen anlegen. Also, das Raketenwehr scheint mir das Beste zu sein. Das Problem ist nur, dass wir halt nur begrenzt Raketengewehre haben. Und zeigt es, ach, den zeigt es mir nicht noch an. Der ist, das ist der Schütze. Ich dachte, der Panzer wäre dir noch angezeigt. Okay. Also, dann können wir jetzt auch hier mit hingehen. Hmm. What next? I'm on it. Let's move out. On my way. I'm on it. What next? Bien, sure. I'm on it. Hmm. Es war die Dragunov vom Steroid, glaube ich. Jawohl. Oh. Okay. Eine harte Mission. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die probiert habe. Aber das war ein paar Mal. Ein Glück. Gut. Dann erstmal hier alle wieder vereinen. Okay. Denn der braucht seine Munition zurück. Und sein Stemmeisen. Und dann fangen wir an, uns durch die gesamte Mission zu, durch alle Gebäude zu, durch zu, ähm, wühlen. Wir können wahrscheinlich nur ganz langsam. Genau. Okay. Dann machen wir das vielleicht so. Und treffen uns hier. Okay. Und sein Stemmeisen. Das zweite. Das hatte Barry. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Gut. Got something? How do it? I do copy. I do copy. I hear you. I do copy. Nirgends etwas im ganzen Gebäude? I'm on it. Unerwartet. I do copy. Oh, das sieht so aus. Schauen wir mal, ob hier in den Posten was ist. Manchmal liegt da was. Gut. Lock. My assignment has come finished. What to do now? Guard it. Guard it. What is that? I do that. Guard it. I do copy. I hear you. I'm on it. I'll do it. I do copy. Was haben wir eigentlich an Waffen herumliegen? Die Tavor? Ja, können wir ihm die Tavor geben. Guard it. I hear you. I'll do it. I'll do it. Okay. I'll do it. Locked. Okay. It failed. I retry. It failed. I retry. No, that won't work. Interessant. Trotz mittlerer Chance dreimal gescheitert. Das hat er ja auch noch nicht. Hier mal gescheitert. My assignment has come finished. What to do now? What to do now? I'll do that. I'll do it. I'm in it. I'm locked. I don't know if it's smart. It's good for the experience. My assignment has come finished. What to do now? What to do now? Oh, there is something. Okay. Gut, das Problem hätte sich dann also erledigt. Okay. Okay. I do copy. I do copy. Locked. My assignment has come finished. What to do now? What is that? 30, 31. Schauen wir mal, ob die hier... Dürfen denn etwa gleichwertig sein? Theoretisch könnte ich die für mich nehmen, weil ich die Munition habe. Dann hätte ich für einen Nahkampf eine vollautomatische Waffe. Wäre eigentlich nicht die dümmste Idee. Der kriegt das Messer. Denn der wird hier sowieso nicht gegen andere kämpfen müssen. Gehe ich zumindest mal von aus. Was ist das? Was ist das? Guarded. Ich mache das. Ich mache das. Ja, das dürfte sich gut verkaufen lassen. Ich höre dich. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Entstanden. Ich kann gleich mal hier irgendwo überall herumlaufen, wo Tote liegen. Machen wir noch welche? Die haben wir. Die hier noch nicht. Die hier noch nicht. Wenn du so sagst. Wenn du so sagst. Was? Schau dir hier! Was? Ja? Was ist das? Ich mache das. Ich mache das. Ich höre dich. Er hört das an. Ich mach das an. Ich bin 100. Was ist das? Autocycle Jackets. Aha. Warum nicht? Ich habe es. Ich fahre. Ich mache das. Schau hier. Das ist das. Ich höre. Okay. Was ist das? Ich mache das. Ich höre. Was? Meine Aufgabe hat sich fertig gemacht. Was ich jetzt machen? Ich habe das. Hier liegt auch noch einer. Schauen wir mal, ob hier noch was im Auto liegt und da liegt noch eine Leiche. Die Ringe Chance. Meine Anstieg ist fertig. Was muss ich jetzt tun? Ich höre dich. Ich mache das. Was ist das? Eine Spektra-Weste, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist natürlich nett. Eine Glock. Da ist auch noch was. Noch mal eine Golduhr. Schadet nicht. Da kommt ein bisschen Geld zusammen. Verkauft. Okay. Kann ich Aira gleich ein paar Leute bewaffnen lassen? Ähm... Okay. Ich höre dich. Ja? Okay. Ja? Das war jetzt ein Gewürge. Dieses Gefecht zu bestehen, mein lieber Scholli. Mein Anstieg ist fertig. Was tun wir jetzt tun? Da ist etwas drin. Vielleicht auch wieder ein bisschen Waffenung. Gucken wir mal, was der für ein Quest hat. Hallo, Herr Mercenari. Wenn du in Geld interessiert bist, habe ich eine Proposition für dich. Ich bin rich. Ich bin ein Video-Game-Programmer, der Millionen mit Browser-Games gemacht hat. Ich kam hier, um zu retten zu sein. Wenn du einen der unabhängigen Edition Dahunko Flakes in Arukko findest, verkaufst du es mir. Ich paye dir ein Millionen Dollar. Ich bin gar nicht sicher, ob man das finden kann oder nicht. Ich glaube, ich habe es mal gefunden, aber ich bin, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr komplett sicher, ob das tatsächlich geht, dass man es finden kann. Ich höre dich. Und es ist auch gut möglich, dass ich es inzwischen mal gegessen habe oder irgendwie sowas. Würde ich durchaus im Rahmen des Möglichen halten. Ich sollte mal irgendwie in der Wiki nachschauen, ob es die tatsächlich gibt. Und wenn, dann erklären sie vielleicht auch, wo man sie findet. Das wäre natürlich nur eine Option. 5-7. Ah, schöne Waffe. Kannst du die Schrottflinte haben. Okay, die hat hier alles gecheckt, aber das noch nicht. Da liegt auch noch einer, sehe ich gerade. Wir haben immerhin auch noch die Dietrich hier. Das heißt, wenn mir jetzt im Eisen ausgeht, habe ich noch eine Chance, dass ich mich irgendwo in Dietrich reinkomme. Hier hat fast jeder eine Schusswaffe zu Hause. Dann brechen wir das hier mal nicht aus. Wir haben noch ein weiteres Quest, fällt mir gerade auf. Das hier, hören wir mal. Und wo ist der andere mit dem Quest hier? Ja. Ja. Got something? Okay. Ich muss wahrscheinlich von der, von der Deidrena Krone und Ring bringen, ne? Ich weiß nicht, ob ich sie dazu töten muss oder ob ich das irgendwo finden kann, aber es wird sich dann erzeugen. Hier haben wir auch noch nicht durchsucht. Ich mache es. Ich mache es. Ist hier unten noch irgendwo was? Ja. Jede Menge Häuser hier. Ich verstehe es. 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 Okay. Was ist das? Ich höre dich. Okay. Hat wirklich jeder eine Schusswaffe im Haus? Torn Note. Okay. Ah, das ist der neue Milizionär, den ich angeworben habe. Alles klar. Hier hin. Wahrscheinlich, ne. Kann ich. Es so langsam mit dem Herumrennen bringt nichts, weil der so schwer verletzt ist. Ansonsten hätte ich ja mit dem jetzt auch noch weitere Häuser überprüfen können. Ich verstehe es. 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 Okay. Okay. Es ist etwas da. Ich verstehe es. Ich verstehe es! Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Wow. Weil wir es wirklich fast, bis auf das eine Haus war, wirklich jedes abgesperrt. Ich denke mal, der kann die Automark haben. Das ist ja wohl eine Frau. Ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Es ist etwas da. Ich habe es. Was ist das? Okay. Ich verstehe. Ich bin auf. Keine Ahnung, ob ich hier schon war. Ich mache es. Die Tür ist offen, spricht also dafür. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Doch, ich glaube, ich war hier drin. Guck mal, ob hier noch was ist. Nope. Sprich dafür und das, dieses Museum oder was das ist, muss ich noch komplett untersuchen. Ich nehme den mal auf Semi-Auto. Ja. Okay, ich glaube, ich habe alles durch. Das sieht so aus, als ob wir von allen die, ob auch bei allen die Lagerung, ah, hier. Okay, ich habe es. Das müssen wir noch identifizieren, aber ich glaube, dann haben wir endlich alles durch. Ja, so machen wir. So machen wir. Ah, Raketengewehr-Munition. Jawohl. Aber hat nur einen Schuss. Okay. Okay. So machen wir. Schon unterwegs. Gut, ich glaube, ich habe alles. Dann. Können wir nochmal alle zusammen hinschicken? Damit Speroid die Waffen warten kann. Moving. Got something? I'm on it. Ja. Sonst hat keine üble Dringlichkeit. Also noch Munition auffrischen, Ausrüstung auffrischen und dann hätten wir es hier erledigt. Munition. Die könnt ihr noch reparieren. Das ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Müssen wir schauen. Das könnte sogar was sein für das Team. Munition haben wir. Ne, wir haben keine 5-7. Wir haben immer noch eine Menge von denen. Wir haben eine Menge. Wir haben eine Menge. Gedrehen. Manchmal mitnehmen. Dann machen wir das mal so. Gut, weitere Ausrüstung. Medizin. Herat fast nichts mehr. Box. Spider war die hier. Bands die. Fast. Handgranaten. Könnte noch mehr mitnehmen. Gewichtsmäßig passt noch. Barry war doch dem mit dem Sprengstoff. Ja, genau. Jetzt mal dem ein bisschen Sprengstoff mitnehmen. Gelebensmittel. Verkaufssachen soll wer anders holen? Kleidung. Kleidung. Genau, das haben wir noch. Schmottes Acrojacket. Ardian ist sogar noch stärker, oder? So, wieder Cowboy Boots anziehen. Spektra Gehen so mehr oder weniger, oder? Hawaii-Shit Hopfbedeckung haben wir keine Gehen ich denke wir haben es so mehr oder weniger durch dann lassen wir steroid noch die reparatur machen 49 und 36 sind schon verdammt gute werte die munition haben wir denn ja wir könnten ihr wahrscheinlich was abgeben passt so gut wie es im 14 49 36 ist zum beispiel schon deutlich besser als die fn fall oh das ist eine rpk 49 33 die könnte besser sein also auch hier das muss man drin oder auch nicht ich höre ich höre ich höre Was müssen wir jetzt machen? Die Gunn ist leer, verdammt zu hell! Was? Ich werde es tun. Es hat verfolgt. Ich versuche es wieder. Mein Versuch ist fertig. Was soll ich jetzt tun? Ich mache das. Es hat verfolgt. Ich versuche es wieder. Es hat verfolgt. Ich versuche es wieder. Ich mache es. Ich werde besser und besser. Wunderbar. Dann hätten wir das jetzt erledigt. Hier wäre der Süden befreit. Wir machen ihm mal seine Intelligenz noch ein bisschen hoch. Treffsicherheit. Und künftig können wir dann an Mechanik und auf Perception, was das, Wahrnehmung, arbeiten. So, ich glaube, die sind so mehr oder weniger alle fertig hier. Ich sollte wahrscheinlich hier jetzt nochmal den Munitionsbedarf aufstocken. Äh, den Munitionsvorrat. Das meinte ich. Hier passt soweit auch alles und dann scheint es wirklich wie ein günstiger Moment zu sein, die Episode zu beenden. Ich hoffe, es war interessant. Dann würde ich mich natürlich über das übliche freuen. Daumen hoch, Kommentar und Abonnement, damit Sie künftige Aufgaben, künftige Missionen nicht verpassen, künftige Videos. Denn wir haben noch ungefähr ein Drittel von Arolco, das befreit werden muss. Und das wollen wir so schnell wie möglich angehen. Irgendwo hier dürfte noch eine Flugabwehrstellung sein, vermute ich mal. Das hier sieht mir fast da noch aus. Und schauen wir mal. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.